Sie haben genau richtig eingeschaltet hier bei Pearl TV zu unserem Pearl TV Energie Ratgeber und Ingo und ich haben jetzt mal ein Projekt mit Ihnen in dieser Sendung vor und genau so kann das dann auch schon bald bei Ihnen zu Hause aussehen und um was geht es? Es geht um Solarenergie. Ich denke mal, das ist mit dem Wetter so das meiste Smalltalk-Thema schlechthin aktuell, weil man einfach was tun muss, um den Strom ein bisschen abzufedern, weil die Strompreise, die gehen ja wirklich durch die Decke und da haben wir unsere zwei fantastischen Solar-Hybrid-Anlagen und das sind wirklich richtig gute Anlagen. Wir zeigen Ihnen in dieser Sendung auch noch die perfekten Akkuspeicher dazu und natürlich auch noch alles, was Sie brauchen, um diese Solar-Panel richtig gut anzubringen, um einfach mal Ihr eigenes Projekt zu starten. Und ich kann Ihnen sagen, das macht auch noch richtig Spaß, weil wenn man selber was gemacht hat, das kennen Sie bestimmt auch, ist man auch noch richtig stolz auf sich. Und das ist doch mal ein super Projekt, Ingo. Einfach mal jetzt im Sommer, die Sonne scheint herrlich. Wir haben letztes Wochenende ein schönes Wetter gehabt, vorletztes Wochenende hatten wir in Bremen ein schönes Wetter zumindest. Jetzt liegt Pfingsten vor der Tür oder direkt dahin, das ist auch nochmal schönes Wetter. Das Wetter ist da, die Energie ist da, die vom Himmel fällt. Lassen Sie uns die gemeinsam einsammeln. Sie kriegen hier mit unserer ersten Hybrid-Anlage, die wir Ihnen zeigen, schon eine respektable Größe, die den Großteil Ihres Stroms umsonst zur Verfügung stellt. Wie cool ist das denn? Weißt du, was ihr so an Stromrechnungen habt im Moment? Ja, ich weiß, dass ich letztes Jahr auf jeden Fall eine gute Nachzahlung hatte und dass der Strom jetzt auch angepasst wurde. Also meine Vorauszahlung, die ist wirklich gestiegen. Ich wohne jetzt auch nicht mehr alleine, also es ist wirklich einiges geworden und da muss ich mich dann auch erstmal hinsetzen und überlegen, wie man das dann überhaupt noch alles handhabt. Weil beim Strom kann man sich ja bis jetzt eigentlich nicht so selber helfen. Beim Einkaufen geht das vielleicht noch, beim Tanken eventuell auch. Aber jetzt können Sie auch noch was beim Strom machen und das finde ich persönlich super. Ja, wir haben hier eine Hybrid-Solar-Anlage. Das heißt, wir haben nicht nur den Vorteil, dass wir Unmengen an Strom einsammeln können. Wir haben auch noch die Möglichkeit, das hier Off-Grid zu betreiben. Das heißt, Off-Grid bedeutet, wir haben gar nichts mit unserem Energieversorger zu tun. Das heißt, wenn mal Stromausfall ist, wenn mal irgendwas sein sollte, sind Sie nicht auf den Strom angewiesen. Sie bekommen sechs dieser fantastischen Solarpanel. Die sind alle so knapp zwei Quadratmeter groß und liefern Ihnen dann eine Leistung von jeweils bis zu 380 Watt. Macht summa summarum ja gut 2,2 Kilowatt, die Sie hier erzeugen, einfach indem Sie den Strom einsammeln. Dann geht diese Solarpanel mit einem Kabel zu dem Hybrid-Inverter. Das ist diese blau-weiße Kiste da in der Mitte von diesem Hybrid-Inverter. Der heißt Hybrid-Inverter, weil man damit verschiedene Stromquellen managen kann. Dann haben wir einmal Solarstrom, wir haben dann optional diese Speicher dran und können sogar noch, wenn die Speicher alle sein sollten, noch einen Inverter anschließen, diesen Benzin-Inverter. Damit wären wir komplett unabhängig von unserem Stromversorger. Das ist super. 3 Kilowatt, also 2,3 Kilowatt hier fast, die wir fast erzeugen. Das ist wirklich eine respektable Größe. Für mich alleine, mein persönlicher Haushalt könnte damit komplett geschmissen werden. Sie erzeugen damit Ihren eigenen Stromkreis, sind gar nicht mehr verbunden mit Ihrem Energieversorger. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, da war so eine kleine Kiste mit blauen Steckdosen dran. Das ist eine Verteilerdose, die wird hier an diesen Hybrid-Inverter angeschlossen. Und so kommen Sie an den Strom ran, den Sie dann erzeugt haben. Und der Strom, der aus diesen blauen Steckdosen dann kommt, so einen Verteiler kriegen Sie in jedem Baumarkt für 30, 40 Euro, so was. Aller Strom, der dann aus diesen blauen Steckdosen kommt, kostet Sie gar nichts. Wir haben hier mal eins dieser Solarpanel aufgebaut. Sie sehen das hier in der Grafik, sechs Stück bekommen Sie insgesamt. Das wird alles in den Hybrid-Inverter eingespeist. Der Solarstrom, die optionalen Batterien, die zeigen wir Ihnen gleich auch noch. Und der Inverter. Auf der anderen Seite jetzt, hier sehen wir, es kommt der Strom raus. Das sind diese blauen Steckdosen. Und jetzt müssen Sie sich einfach nur angewöhnen. Sämtlich Strom, den Sie benutzen, nehme ich jetzt aus den blauen Steckdosen. Und der kostet mich gar nichts. Sie haben richtig viel Strom zur Verfügung. Für einen Single-Haushalt, sage ich mal, einfach so. Das sollte reichen, um Sie komplett mit Strom zu versorgen. Ja, das klingt doch wirklich richtig fantastisch. Und wie Sie hier diese sechs Solarpanel aufstellen können, zeigen wir Ihnen auch noch. Also da kann man wirklich richtig flexibel sein und auch richtig kreativ mal werden. Also das macht dann auch noch richtig Spaß. Aber wenn Sie diesen Platz haben, dann nutzen Sie den unbedingt aus. Denn auch hier für diese Anlage haben wir einen fantastischen TV-Sonderpreis für Sie. Der liegt hier bei 1.799 Euro und 99 Cent. Das ist wirklich super. Die Bestellnummer, die MB1012 und natürlich die 569. Und jetzt zeigen wir Ihnen auch noch die passenden Akkus hierzu. Ja, perfektes Paket hier mit den beiden Akkus. Das ist ein Zweierpack, was Sie bekommen. Damit können Sie pro Akku 1.280 Wattstunden speichern. Das sind über 1,2 Kilowattstunden, die Sie da speichern können. Die werden auch hier einfach mit angeschlossen. Und dann steht Ihnen eben nicht nur während des Tages, während die Sonne eben den Strom liefert, Strom zur Verfügung, sondern auch nachts. Die werden gefüttert mit dem Strom, den Sie nicht brauchen. Das macht alles hier unser schlauer Energiemanager für Sie, unser Hybrid-Inverter. Der speichert den Strom jetzt hier. Die Akkus sind beste Technologie hier. Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, die also tatsächlich 3000 Ladezyklen haben. Ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Das ist die Langlebigkeit. Wir haben ein Batterie-Management-System drin, was die Batterie immer optimal geladen hält. Man liest ja immer, Mensch, Handy-Akkus sollst du nicht unter 20% gehen lassen oder bloß nicht über 80% oder doch ganz voll laden. Das erledigt hier das smarte Batterie-Management für Sie. Zwei dieser Speicher brauchen Sie, um den Hybrid-Inverter mit Strom zu versorgen. Am besten gleich mitbestellen. Ja, unbedingt hier mitbestellen, denn auch hier haben wir einen super TV-Sonderpreis. Und das ist doch wirklich toll, dass man jetzt hier auch noch den Strom in den Abend und eben auch in den Nachtstunden noch verwenden kann. Eben dann, wenn man auch wieder zu Hause ist. Also das finde ich wirklich hervorragend, diese Akkus am besten direkt mitbestellen. Das Zweier-Set bekommen Sie hier direkt mit der MB-1060 und der 569. Kommt natürlich auch hier wieder Versand kostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und auch hier profitieren Sie von unserem fantastischen TV-Sonderpreis. Aber wenn Sie noch mehr Platz haben, dann nutzen Sie diesen auch aus. Jetzt kommen wir zu unserer riesengroßen Anlage. Ja, die Anlage eben hatte respektable Größe. Beides zusammen addiert übrigens, die Speicher und die ganze Hybrid-Anlage sind sie unter 2500 Euro. Das ist ein Witz im Gegensatz zu diesen Dach-Anlagen, wo es ewig dauert, bis sie sich refinanziert haben. Hier ist die Effektivität sehr, sehr hoch. Sie kriegen die Rentabilität sehr schnell wieder rein. Kommen wir zur nächstgrößeren. Sie besteht auch wieder aus diesem Solar-Hybrid-Inverter. Nochmal, hier gehen die ganzen Stromquellen rein. Auf der anderen Seite kann dann diese Verteilerdose angeschlossen werden. Jetzt machen wir mal ein Projekt draus. Wie sieht das aus? Ich habe das jetzt zu Hause stehen. Ich will mir das aufbauen. Ich will meinen Strom selber erzeugen. Also, ran ans Werk. Wir haben das alles zu Hause. Es ist schönes Wetter. Wir sitzen nachmittags zusammen. Vielleicht haben wir noch irgendeinen Kollegen, Nachbarn, Kumpel, Bruder, irgendwas eingeladen. Und dann bauen wir unsere eigene Solaranlage. Hier sehen wir die Solarpanel. Das ist eins von den sechs Solarpaneln. Das ist natürlich riesengroß von der Fläche. Das heißt, Sie bekommen hier natürlich auch noch mehr Energie raus. Jedes dieser Solarpanel kann Ihnen bis zu, bis zu, und jetzt halten Sie fest, 550 Watt Strom liefern. Dann sechs Stück haben Sie. Das heißt, wir liegen hier bei einer Leistung bis zu 3.300 Watt. Das Ganze wird ganz normal wieder angeschlossen an diesen Hybridinverter. Bitte, bitte, bitte. Sie können alles selber machen. Aber wenn es an den Hybridinverter geht und den Strom dann an den Verteiler, da holen Sie sich bitte einen Elektriker. Aber ganz ehrlich, so ein Elektriker sollte das in zehn Minuten erledigt haben. Das ist kein Vergleich dazu, wenn ich da Energieberater und was weiß ich alles noch an Personal anschaffen müsste. Das haben wir jetzt hier mal auf so eine Konstruktion raufgestellt. Diese Konstruktion haben wir hier im Studio selber gebaut. Das können Sie übrigens auch. Einfach ein paar Latten und Kanthölzer vom Baumarkt geholt. Sie sehen das hier. Das haben wir ganz einfach zusammengeschraubt. Hier ganz wichtig, so Metallwinkel unten ran gemacht, dass es auch sehr robust hält. Wir haben jetzt Räder drunter. Ganz einfach, weil wir es hier transportieren. Sie machen bitte Erdspieße rein. Und dann haben Sie einen perfekten Ständer, eine aufgeständerte Lösung für Ihre Solaranlage. Das ist eins dieser Solarpanel. Wir wollen jetzt sechs davon anbringen. Wir haben da so Halterungen. Die zeigen wir Ihnen gleich auch noch. Und jetzt nehme ich mir einfach einen Akkuschrauber und schraube das hier an mein Untergestell an. Und dann hält das bombenfest. Diese Halterungen, die zeigen wir Ihnen gleich noch, halten übrigens Windgeschwindigkeiten von über 110 Stundenkilometern stand. Ich schraube das hier unten mal ganz an. Ja, das geht wirklich super. Und das macht eben auch noch Spaß. Vielleicht haben Sie auch noch einen netten Freund mit dabei. Das macht natürlich dann noch mehr Spaß, wenn man das zusammen macht. Aber eben diese Eigenleistung, wenn man was selber gemacht hat, versteht man es erstens, finde ich immer viel, viel besser, als wenn das jemand anderes aufbaut. Und man spart auch noch mal bis zu 40 Prozent, wenn man einfach diesen Aufbau schon selber macht und dann natürlich am Schluss noch den Elektriker zu sich kommen lässt. Aber das meiste haben Sie dann einfach schon übernommen. Das finde ich auch noch mal einen Riesenvorteil. Und wie gesagt, das macht auch noch richtig Spaß. Ja, vor allem zu dem Preis. Überleg mal eine 3300 Watt Solaranlage, die Sie hier bekommen. Sechs dieser Solarpanel, wir haben jetzt nur eins hier draußen, sechs Mal kriegen Sie das hier. Die werden ganz einfach nur zusammengesteckt. Da können Sie überhaupt nichts falsch machen. Das Kabel dann hier zu unserem Hybridinverter. Dann holen Sie sich bitte einen Elektriker, der den Rest anschließt. Nochmal, das dauert vielleicht eine halbe Stunde, wenn es hochkommt. Ein erfahrener Elektriker, das ist wirklich ein Klacks für den, das zu machen. Und dann haben Sie Ihre Solarhybridanlage auch schon installiert und können Ihren eigenen Strom genießen. Hier, wie gesagt, eine sehr große Anlage mit 3,3 Kilowatt, die ich hier an Strom selber erzeugen kann. Mit entsprechendem Speicher, den wir Ihnen gleich auch noch zeigen. Mit den Halterungen, die wir Ihnen auch noch zeigen. Ist das einfach ein Traum, der wahr wird. Und jetzt mal gerade im Sommer. Wir sitzen ja hier in so einem Gartensetting. So kann das bei Ihnen auch aussehen. Wir haben Grill dabei, können vielleicht die eine oder andere Limo dabei noch trinken. Das ist doch ein Riesenspaß. Und wir sparen jeden Tag wahres Geld. Deshalb lohnt es sich jetzt hier zuzugreifen. Natürlich auch hier wieder zum TV-Sonderpreis. 2.249,99 Euro ist wirklich ein Spitzenpreis hier für unsere Solarhybridanlage mit diesen sechs großen Solarpaneln. Also wenn Sie diesen Platz haben, wie gesagt, nutzen Sie den unbedingt, weil dann produzieren Sie einfach Ihren eigenen Strom und sind auch noch komplett stromunabhängig. Das finde ich auch nochmal wirklich einen Riesenvorteil, falls mal ein Stromausfall passiert. Haben Sie dann trotzdem den Strom einfach zu Hause? Und natürlich zeigen wir Ihnen auch hierfür gleich noch die passenden Akkuspeicher. Aber das ist wirklich richtig super. Man kann einfach auch mal richtig kreativ werden. Ich weiß, wir haben auch so viele Zuschriften bekommen, wie einige das von Ihnen zu Hause auch schon aufgestellt haben. Und ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Ja, man muss die ja jetzt nicht. Also man kann die Aufstände an. Die müssen ja nicht mal zusammenstehen. Man kann ein paar an die Hauswand machen. Man kann ein paar so Aufstände an. Vielleicht haben Sie ein Carport. Egal, wo Sie Platz haben. Es lohnt sich wirklich, jeden einzelnen Quadratzentimeter, den man hat, hier mit Solarpaneln auszustatten. Wir zahlen im Moment so. Ich glaube, der Durchschnitt in Deutschland liegt so bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Überlegen Sie mal, was diese Anlage Ihnen leisten kann. Und der ganze Strom kostet Sie keinen einzigen Cent pro Kilowattstunde. Das ist das Sparpotenzial, was wir hier haben. Und das Ganze eben zu einem Preis, der also wirklich verschwindend gering ist, zu so einer Dachphotovoltaikanlage. Man hat ja immer gesagt, als das losging mit diesen Dachanlagen, ja, so in 15, 20 Jahren haben Sie ja die Anschaffungskosten schon wieder raus. 15, 20 Jahre, solange wir die nicht warten. Ich möchte das schneller haben. Und hier wirklich innerhalb von ein paar Jahren werden Sie es wieder raus haben. Und Sie werden es genießen, Ihren eigenen Strom hier zu benutzen. Und vor allem auch noch diese Stromsicherheit, sollte man auch nicht unterschätzen, die Sie mit dieser Anlage bekommen. Ja, und wir schauen jetzt auch mal, wie viel Sie denn hier genau sparen und schauen uns mal den regulären Preis an hier bei Pearl.de. Und dort sehen wir als Preissit wären wir bei 2.552 Euro. Und dann sehen Sie auch noch mal, wie clever es ist, dass Sie hier gerade unseren Pearl-TV-Energieratgeber schauen. Denn Ihr TV-Sonderpreis liegt hier bei 2.249,99 Euro. Und diese Anlage kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Ja, unglaublich, ne? Und das muss man auch noch mal echt erwähnen, weil Sie bekommen hier sechs Solarpanel A 550 Watt. Sie sehen die Größe von einem. Das bringt nicht einfach so der Postbote vorbei. Das kommt richtig per Spedition. Und auch da sparen Sie, weil Sie eben die Versandkosten nicht zahlen. An anderen Angeboten sieht man dann immer das kleine Sternchen, wo dann eben noch mal die Speditionskosten dazukommen. Also ich kann Ihnen wirklich nur raten, alle Sterne stehen richtig. Jetzt am besten hier direkt bestellen. Das macht einfach wirklich richtig Sinn. Es macht Sinn. Sie bekommen eine Anlage von bester Qualität hier. Unsere Solarpanel, egal ob bei der kleineren oder hier bei der großen, sind TÜV geprüft. Da legen wir großen Wert drauf. Auch da muss man aufpassen, wenn man sich so eine Anlage zulegt. Das soll ja länger als zwei, drei Jahre halten. Sie wollen da ja lange, lange Freude dran haben und lange Geld sparen und Sicherheit haben. Die Bestellnummer nenne ich Ihnen auch direkt, damit Sie auch direkt anrufen können. Natürlich kostenfrei und die Artikelnummer durchgeben können. Das wäre die MB 1011 und die 569. Und lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, denn ich weiß auch, dass die Nachfrage extrem groß ist, was eben auch einfach super beliebt ist und richtig clever ist. Ja, und jetzt haben wir hierzu auch noch den passenden Akkuspeicher und den können Sie perfekt an die Wand montieren. Ja, wir haben hier einen Wandanbaukasten. Das ist eine große weiße Kiste, die speichert Ihre Energie hier und zwar tatsächlich 4,8 Kilowattstunden. Das reicht die ganze Nacht durch. Das wird jeden Tag neu gefüllt mit dem Sonnenlicht, mit der Energie, die Sie nicht benutzen. Es macht Sinn, hier einen großen Akku zu holen, weil damit sind Sie stromunabhängig. Und wirklich, erst wenn der alle sein sollte. Und das wird dann nicht. Im ganz normalen Haushalt kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie so viel Strom brauchen. Dann haben Sie immer noch diese Rückversicherung, dass Sie dann noch einen Invertergenerator anschließen können. Unsere Anlagen sind übrigens alle WLAN-fähig. Sie müssen nicht das ins WLAN einbinden, aber wenn Sie es tun, sehen Sie auch noch den exakten Füllstand. Sie sehen, wo jetzt gerade der Strom hergenommen wird. Wird er vom Solarpanel genommen oder ist schon mein Akku dran? Beste Technik, beste Qualität. Auch hier bei diesem Akku haben wir tatsächlich 6.000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Sie können, wenn Sie das steigern wollen, sogar bis zu sechs Stück parallel schalten. Also ein fantastischer Speicher. Und nochmal, wenn Sie alles zusammen addieren, hier sind wir unter 4.000 Euro. Ja, das ist wirklich spitzenmäßig. Deshalb auch hier direkt bestellen mit der Bestellnummer der MW 1130 und natürlich wieder der 569. Und auch hier für diesen Bandmontage-Akkuspeicher bekommen Sie hier einen richtig guten TV-Sonderpreis. Auch der kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Und das ist eben das Tolle. Mit diesem Akkuspeicher können Sie wirklich 100% hier Ihre Hybrid-Solaranlage ausnutzen. Gerade eben dann, wenn man nach Hause kommt, von der Arbeit, abends oder auch nachts, kann man hier dann auch noch diesen Strom verwenden. Das ist wirklich richtig praktisch. Deshalb lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. Aber wenn Sie jetzt vielleicht auch lieber diesen Akku in ein Regal unterbringen wollen, weil Sie dafür einfach einen besseren Platz haben, haben wir jetzt auch noch den perfekten Akkuspeicher dafür. Ja, dieser Akkuspeicher hat eine andere Form. Der ist Rack-Montage, nennt sich das. Rack ist Regal auf Englisch. Das ist so ein Kasten, der sieht ungefähr so aus wie ein Hi-Fi-Verstärker. Hat auch ungefähr die Größe. Und von dem können Sie jetzt sogar bis zu 15 Stück parallel schalten. Also unglaublich viel Energie, die Sie hier speichern können. Wir haben hier eine Kapazität von 5,1 Kilowattstunden. Ich bei mir in meinem Single-Haushalt brauche so 3, 3,5 Kilowattstunden am Tag. Das heißt tagsüber und nachts zusammen addiert. Der würde mich komplett mit Strom versorgen und ich hätte immer noch Strom übrig. Bis zu 10 Jahre Lebensdauer ist weit untertrieben. Wir haben 7000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Rechnen Sie sich das an 10 Fingern aus. Wenn Sie den jeden Tag komplett leer machen und wieder voll machen, sind das 20 Jahre, 15 bis 20, vielleicht 25 Jahre ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Ich kann Ihnen wärmstens empfehlen. Ja und auch hier haben wir natürlich einen super TV-Sonderpreis. Und auch dieser Akku wird versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert. Also schauen Sie einfach, wo Sie am besten Platz haben und bestellen dann dementsprechend. Die Bestellnummer hier für diesen Akku wäre die MB1205 und natürlich die 569. Und das ist einfach richtig clever hier. Nicht am falschen Ende zu sparen, sondern eben hier sich einen Akkuspeicher mitzubestellen. Allein die Leistung und die Ladekapazität, ich bin da wirklich richtig beeindruckt. Kennt man ja von anderen Geräten nicht. Deshalb ist das hier wirklich das Beste vom Besten, was Sie hier bestellen können. Aber ich habe es auch schon angesprochen, wir wollen ja hier unser eigenes Projekt starten. Und Sie wollen Ihr eigenes Projekt starten. Und da muss man natürlich auch die Solarpanel vernünftig anbringen. Und das sollte man vielleicht nicht so mit Kabelbindern machen. Nein. Das hält nicht so lange. Und wir haben ja auch alle mitbekommen, was es auch für Stürme geben kann. Da haben wir jetzt die perfekten Halterungen für Sie. Ja, ich gebe dir mal eine davon. Das ist ein Vierer-Set dieser Halterungen. Hier haben wir sie mal angebaut. Das ist genau das, was ich eben benutzt habe. Die sind aus rostfreiem Aluminium. Das heißt, die sind natürlich witterungsbeständig, auch frostbeständig. Und die halten, wenn Sie das hier anbringen, Windgeschwindigkeiten von über 110 kmh. Wenn Sie so eine Anlage sich holen, möchten Sie ja auch viele Jahre was davon haben. Unsere Solarpanel sind vorgebohrt dafür, ganz einfach anzubauen. Denken Sie dran, Sie brauchen pro Solarpanel eins dieser Sets. Also am besten gleich sechsmal mitbestellen. Ja, zum kleinen Preis von gerade mal 10,37 Euro bekommen Sie hier ein Vierer-Set. Wie gesagt, für unsere beiden Anlagen müssten Sie das dann sechsmal bestellen. Aber auch das gibt es hier, wie gesagt, zum richtig guten TV-Sonderpreis. Das heißt, die Bestellnummer wäre die MB-1230 und die 569 sind, wie gesagt, genau passend und abgestimmt hier auf unsere Solarpanel. Aber was man natürlich jetzt auch noch braucht, damit Sie wirklich alles zusammen haben, ist ein richtig guter Akkubohrschrauber. Ja, ich habe ihn schon benutzt. Vielleicht haben Sie ihn schon gesehen hier. Er hängt hier bei mir am Gürtel. Das finde ich schon mal total praktisch. Sieht sehr gut aus. Sieht cool aus. Man fühlt sich ein bisschen wie John Wayne. Aber es macht natürlich auch Sinn, weil jetzt habe ich beide Hände frei, kann auf eine Leiter klettern, all diese Sachen und habe den dann griffbereit bei mir. Das ist ein Profi-Akkuschrauber. Und bitte, bitte tun Sie mir einen Gefallen. Wenn Sie Werkzeug kaufen, kaufen Sie Profi-Qualität. Es macht einfach mehr Sinn. Der ist sehr, sehr kraftvoll hier mit 50 Newtonmeter. Ich habe mal so Deckenplatten anbringen müssen. Das war so Rie-Gips. Das musste an der Decke so festgeschraubt werden, in Holzbalken. Eigentlich keine große Aufgabe, aber ich hatte dann eben einen nicht so guten Akkuschrauber. Und dann habe ich so geschraubt damit und irgendwann macht der... Und das letzte Stück musste ich dann mühsam mit der Hand machen. Das geht so in den Arm. Du bist gerade umgezogen. Hattet ihr einen Akkuschrauber? Ja. Muss man haben, ne? Auf jeden Fall. Also ich brauchte den wirklich so oft. Und da darf man auch wirklich nicht an dem Preis sparen. Weil du hast es gesagt, wenn man da vielleicht irgendeinen günstigen kauft, irgendeinen billigen, das bringt nichts. Hält dann auch eben nicht lange und die Leistung ist auch nicht so gut. Hier, unser Akkuschrauber ist perfekt. Und man braucht den wirklich immer wieder. Natürlich jetzt hier, um die Solarpanel anzubringen, aber auch so im Haushalt, gibt es doch immer mal irgendeine Schraube, die wieder festgezogen werden muss. Deshalb finde ich den wirklich super. Und wenn es irgendein Möbelstück ist, was man zusammenbauen muss. Es ist ein Akku-Bohrschrauber. Das heißt, mit dem können Sie sogar bohren hier. Den kann man hier oben umstellen von Schrauben auf bohren. Wir haben hier verschiedene Drehmoment-Einstellungen auch noch. Das kann ich dann noch variieren. Also wenn ich auf was Weiches was reinschrauben will, dann will ich ja nicht, dass das ganz gleich durch die Wand geht. Ich habe hier stufenlos einstellbar, wenn ich drauf drücke. Sie sehen das, ich drücke jetzt ein bisschen. Wenn ich länger drauf drücke, härter drauf drücke, dann dreht sich schneller. Man hat das hoffentlich gehört. Auch hier, das ist so durchdacht, hier unten haben wir eine Akkustanzanzeige und eine Lampe, die genau dahin leuchtet, wo ich hier diesen Schrauber eben benutze. Schnellverschluss, Bohrfutter hier. Auch ganz einfach. Ich brauche nicht mehr dieses T-Stück, mit dem ich das da anmache. Es ist richtig gute Qualität. Es macht mehr Spaß, mit guter Qualität zu arbeiten. Und unser Preis hier ist eben nicht 200, 300 Euro, wie Sie jetzt von anderen Marken kennen, sondern unser Preis hier, TV-Sonderpreis, ist unter 120 Euro. Ich kann Ihnen den wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn Sie noch keinen haben, ist das das Beste, was Sie kriegen fürs Geld. Wenn Sie schon einen haben und unzufrieden damit sind, dieser Moment, wenn man dann doch mit dem Schraubenzieher ran muss, ist einfach furchtbar. Der hier schafft das. 50 Newtonmeter sind richtig viel Kraft. Da ist wirklich an alles gedacht. Auch hier, dass man den einfach so an den Gürtel hängen kann, finde ich klasse. Es macht einfach mehr Spaß, so etwas mit Profi-Werkzeug zu machen. Ja, und dann baut man vielleicht auch gerne mal Sachen auf. Vielleicht hat Ihre Frau Ihnen zu Hause auch schon mal das ein oder andere noch nahegelegt, was vielleicht noch angebracht oder wieder festgeschraubt werden kann. Auch das können Sie dann hiermit ganz einfach erledigen. Also es ist schon wirklich sinnvoll, hier einen guten Akkubohrschrauber zu haben. Und den bekommen Sie hier mit der Bestellnummer der ZX1421. und der 569. Der ist wirklich super von der Qualität und auch von der Optik finde ich den super. Also am besten hier direkt mitbestellen, weil dann haben Sie alles zusammen, um Ihr eigenes Projekt zu starten. Ja, eigenes Projekt. Darum geht es. Wir bauen eine Solaranlage hier heute bei uns im Studio. Wir haben schon die Panel angebracht. Wir haben hier den Inverter hingestellt. Wir haben einen Kumpel geholt, einen Elektriker, der das alles zusammen angeschlossen hat. Wir haben unseren Akkuschrauber dabei, mit dem wir das hier ganz fest anbringen konnten, wetterfest anbringen konnten. Jetzt habe ich noch ein Schmankerl für Sie. Das habe ich hier hinter dem Solarpanel etwas versteckt erst mal. Das ist ein unglaublich praktischer Koffer, wenn Sie eine Bohrmaschine haben oder einen Akkuschrauber zu einem fantastischen Preis. 15 Euro für ein 109-teiliges Bohrer- und Bit-Set in bester Qualität. Schauen Sie mal, was hier alles drin ist. Mit diesem Set brauchen Sie nicht mehr in den Baumarkt zu gehen, um sich irgendwelche Bohrer zu holen. Wir haben Steinbohrer, Holzbohrer und natürlich Betonbohrer. Betonbohrer hier sogar in einer vernünftigen Länge, dass man auch mal einen Wanddurchbruch machen kann. Wir haben jede Menge Bits und Aufsätze dabei für unseren Akkuschrauber. Wir haben sogar eine Ratsche dabei, wo ich das dann noch aufsetzen kann. Das Ganze in bester Qualität, super aufgeräumt. Und vor allem hier steht auch die Bohrergröße dabei. Ich gebe dir mal einen dieser Bohrer hier. Die sind ja wirklich toll angebracht. Sie kennen das vielleicht, dass Sie solche Bohrer bei sich in irgendeinem Karton haben. Jetzt suchen Sie mir mal einen 6er Betonbohrer. Das ist unmöglich, wenn man den von der Größe allein schon und dann da auch noch lesen zu müssen, was da für eine Zahl draufsteht. Wie einfach das geht, wenn das hier vernünftig beschriftet ist und eben auch noch hier ordentlich untergebracht ist. Da wackelt nichts, da klappert nichts. Sie werden sofort alles finden. Und noch mal, allein schon so ein 4er, 5er Set von diesen Bohrern kostet im Baumarkt gerne 10, 15, 20 Euro. Schauen Sie sich mal unseren Preis an. 15 Euro für diesen Koffer, wo wirklich alles drin, alles dran ist. Super ordentlich untergebracht hier in diesem Hartplastikköfferchen. Damit, das ist der ideale Begleiter, wenn Sie eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber haben. Vielleicht haben Sie auch schon ein paar Bohrer. Holen Sie sich den trotzdem. Sie werden nicht mehr in den Baumarkt müssen. Sie werden nicht mehr einen Nachbarn fragen müssen. Hey, hast du mal einen 8er Holzbohrer? Kein Problem. Das ist hier wirklich alles drin. Und wie gesagt, sämtliche Bits und Schraubaufsätze, die ich hier in meinen Akkuschrauber stecken kann, sind auch noch dabei. Es ist Wahnsinn, oder? Ja, finde ich wirklich hervorragend. 109 Teile. Ich gebe dir das mal zurück. Dann hast du auch wieder 109 Teile. Jetzt habe ich nur 108. Für 15 Euro hervorragend. Wenn Sie jetzt aktuell mal zum Baumarkt hinfahren, dann kriegen Sie erst mal gar keinen Parkplatz, weil da, glaube ich, gerade echt der Run drauf ist. Da wollen einfach gerade alle einkaufen. Und ich glaube, Sie kriegen da auch nicht 109 Teile für 15 Euro. Ich glaube das nicht. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Deshalb greifen Sie jetzt hier zu und bestellen sich gleich hier Ihren eigenen Profibohrer- und Bitset-Koffer mit. Ich finde das auch super, dass man hier alles direkt sieht, was man braucht. Auch schön beschriftet und auch schön akkurat und ordentlich verstaut. Finde ich auch immer wichtig. Und dann kann man vielleicht auch mal dem Nachbarn was ausleihen und man sieht dann auch, was fehlt und was man dann wieder zurückbraucht. Hervorragend auf jeden Fall. Deshalb sparen Sie hier nicht am falschen Ende. 15 Euro ist ja wirklich ein super Preis. Und was braucht man da noch? Eine richtig gute Trittleiter. Eine richtig gute Trittleiter. Die Sachen, die wir Ihnen zeigen, können Sie natürlich auch so für Ihren Haushalt bestellen. Und das lege ich Ihnen gerade bei dieser Trittleiter nahe, wenn Sie noch keine haben. Oder wenn Sie eine haben, die vielleicht ein bisschen wackelig ist. Erstmal hier, das Seitenprofil ist so unglaublich schmal. Das passt wirklich mal zwischen zwei Küchenschränke oder hinter die Tür. Es ist überall griffbereit. Ganz einfach aufzuklappen. Und wenn ich das aufklappe, sehen Sie hier schon, das faltet sich nicht automatisch wieder zusammen. Ich habe hier einen kleinen Splint, mit dem kann ich es dann ganz einfach wieder zusammen. Und die Tritte selber sind hier gummiert. Das heißt, ich rutsche da nicht weg. Die Unterseite der Beine, da sind auch Gummifüße dran. Das heißt, da steht man richtig stabil drauf. Und diese Leiter hält bis zu 150 Kilo. Ich wiege keine 150 Kilo. Aber wenn ich hier raufgehe mit meinem Werkzeug und allem, dann kann das schon mal sein. Hier, schauen Sie mal. Ich stehe hier richtig stabil drauf. Auf 150 Kilo Tragkraft ist richtig stabil. Da kann jeder rauf. Da kann man vielleicht auch mal zu zweit drauf. Da kann man auch zum Fenster putzen, wenn mal oben auf dem Schrank irgendwas runtergeholt werden muss. Der ist ja kinderleicht, einfach wieder zusammenzuklappen und einfach wieder zu verstauen. Hier haben wir einen richtig schönen Handgriff, der mir noch mal Stabilität gibt. Holen Sie sich so eine Leiter. Es ist wirklich sinnvoll. Natürlich für unsere Zwecke hier. Hier oben, wenn ich da oben mal dann meine Solarpanel anbringe, habe ich hier sicheren Stand. Kann, weil die Tragkraft hier eben so hoch ist, wirklich noch alles mögliche Material mit hochnehmen. Ich kann sogar das Solarpanel noch mit hochnehmen, wenn ich will. Also das ist der Vorteil, wenn man Profi-Qualität holt. Und der Preis hier, das ist wirklich was, wo man normalerweise eine labbrige Leiter für kriegt. Bei uns bekommen Sie beste Qualität hier aus Stahl. Das ist richtig stabil und Sie sind sicher unterwegs. Ja, zum TV-Sonderpreis von 41,79 Euro. Also am besten hier diese wunderbare Stahltrittleiter direkt mitbestellen. Ich finde es super, dass die eben auch noch einen Handgriff hat, dass man einfach mit Sicherheit hier draufgehen kann und einfach auch Sicherheit hat. Und natürlich hier auch diese gummierten Füße. Das ist perfekt. Dann rutscht man nicht mehr weg. Und jetzt haben wir Ihnen alles gezeigt, damit Sie Ihr eigenes Projekt starten können. Das haben wir hervorragend gemacht. Ich habe hier gut zugeschaut und du hast das sehr, sehr gut gemacht. Es macht Spaß. Werden Sie aktiv. Die Sonne ist da. Fangen Sie die Energie ein und machen Sie Ihren eigenen Strom, den Sie nicht bezahlen müssen. Wir haben Ihnen gezeigt, wie es geht. Wir haben Ihnen alles gezeigt, was Sie dafür brauchen. Jetzt müssen Sie nur noch ans Telefon. Sichern Sie sich Ihre eigene Solaranlage.